Hinzuverdienst bei Erwerbsminderungsrenten. Was ist mit dem Hinzuverdienstdeckel ab 2023? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, der Gesetzgeber hat hier ganz was Tolles gemacht. Er hat die Hinzuverdienstgrenzen für Renten wegen Erwerbsminderung ab 2023 deutlich von 6.300 Euro nach oben gesetzt. Das heißt, bei einer vollen EM-Rente sind wir bei über 17.000 Euro anrechnungsfreien Hinzuverdienst und bei einer teilweise Erwerbsminderungsrente bewegen wir uns bei Mindesthinzuverdienst auf über 34.000 Euro. Und jetzt ist es für uns alle viel, viel einfacher geworden mit der Berechnung, mit der Anrechnung des Hinzuverdienstes, der über den jeweiligen Grenzen liegt. Denn dieser, ich sag's euch liebe Leute, blöde Hinzuverdienstdeckel fällt endlich weg. Das heißt also, ab dem 01.01.2023 gibt es bei einer Rente wegen Erwerbsminderung bei Anrechnung des Hinzuverdienstes keine 100% Anrechnung mehr, sondern es wird immer nur 40% von dem angerechnet, was über dem jeweiligen Hinzuverdienstdeckel liegt. Ich finde das eine sehr, sehr gute Nachricht, sehr, sehr gute Neuerung und macht uns allen auch tatsächlich ein bisschen das Leben einfacher. Meine Damen und Herren, für alle EM-Rentnerinnen und EM-Rentner ab 2023 gibt es keinen Hinzuverdienstdeckel mehr. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater P-Type Knöpfe. P-Type Knöpfe